A Wahnsinn. Alter! 8.20 Uhr hat's ja jemanden im Ziel geschissen. Definitiv mir! Weil ich die Mission ausgedacht hab. Moin! Sorry, es tut mir wie gelad. Irgendwas ist heute, dass ich so viel trinken muss. Ich weiß es nicht. Vielleicht braucht's der Körper. Sorry. Nein. Also, heute ist wirklich sehr schlimm. Also, ich hab ständig an Durst, 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 Durst. Off. Das ist nicht allzu sehr störend. Das kann... Noch als das Fokuss. Stay Fokuss, let's go. Und Schiss. Da leveln wenigstens. Das find ich auch so geil, dass da gleich mal zwei gleichzeitig ermitteln können. Das ist ja auch so geil. Ja. Put me in there. Mhm. Okay. Ah, muss ich mal mit dem Donaenschwert und tschüss. Hahahaha. Einfach nur ein bissl mal in die Luft holen. Und tschüss. Babali. Geht? Oh, ja. Dann scheiß ich eigentlich super voll drauf. Auf die Heilung. Ja, da scheiß ich voll auf die Heilung. Oh, fix. Ha. Wenn's machbar ist, schauen wir, dass das auch nicht mehr geht. Oh, nein. Perfekt. Das ist eh, ist eh. Und nur der eine Gegner. Geh, bitte. Scheiß dir nicht an. Und weg. Und wenigstens. Und wenigstens. Du hast alle aufgreifen. Oh, und du gehst halt weiter. Vier. So, du. Oh, das wird gleich mal ein bisschen noch aufgreifen. Genau, perfekt. Oh, die ist ja auch schon bald gleich reißig. Bist du, nachisch? Die Zeit vergeht. Ein Wahnsinn. Sie werden alle so schnell erwachsen. Ja, fix zusammen. Damit wir gleich ein bissl stärker sind. Bitte, komm zu mich, Alter. Das ist einfach nur Training, weißt. Das ist alles Training für den großen Krieg. Oh, er macht Fickelein. Alter, von dieser Scheissrückwitz. Oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Oh. Wow. Ey. Wunderlos. Geh mal. Hallo, ich will einen Wind sehen bei dir. Bro. Wo ist? Wo ist das GÖB? Wo ist? Wo ist das GÖB, oder? Wo ist das GÖB, oder? Ah. Das mal wieder. Na danke, Bede. Das ist ja nichts. Und ich habe es nicht mehr genossen. Alter, ja voll. Da kommst du wieder nur mit an den Weg. Da tue ich ja Wahnsinn. Da tue wieder jeder Stecken. Oh, ja, klar. Wenn es möglich ist. Link gern. Ah, zerfickt Junge. Oh, 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 oh. Ja, fix. Wieder sammeln. Das kann ich nie wissen. Vielleicht die hoppen meistens nur aus. Ja, ja, mach, mach einfach. Zerfick alle, die wirst du jetzt immer vorbeikommen. Also, die sind... Na, voll. Wollte schon sagen, die sind die gelben, aber die haben ja nur die Fähigkeit. Aber schau. Kommt jetzt eigentlich bei mir. Bin gespannt, wie es eigentlich der Gegner wieder macht. Also, beziehungsweise, ob sie jetzt zu dem Monster eigentlich dort hinlaufen. Ich glaube ja weniger. Sie sind dann zu nah bei mir, dass die da irgendwie überhaupt hingehen würden. Machen wir mal den hier einfach. Tschüss. Hihi. No art feelings. Von der wollen wir sowieso keine Sorgen machen, mal der dir zerfickt bis zum Gätener. Ah, perfekt gemeistert. So, schau mal, das gehört, aber nächstes Mal er geht. Uuuu. Uuuu. So, einfach alle noch vorstümmern und schauen, dass man das Monster fertig macht. das ist schon wieder ein scheiß buschen weg wenn es geht ja klar jetzt geht immer heilung immer heilung wo wirst du es noch immer wo wird es noch immer ja wenn er meint so leute ja dann hätte ich mal gesagt gehabt dann werden wir mal als erstes angreifen hier dass sie so oft ausweichen kann wirklich gott sei dank vielleicht kann man sowieso von weiten ein bisschen was mit dem bogen et cetera sich vielleicht ein bisschen spiel bei mese naja mit mit der bräume er mit mit ihr würde das fiel ich mit mit ihr fertig machen weil sonst es zeigt sich nicht aus aber jetzt kommen immer näher und näher und näher hin was passt schon jetzt ja jetzt wird sie wahrscheinlich der vielleicht ein bisschen mehr auf den roten konzentrieren bei den angst das letzte war mal schauen mal schauen vielleicht vielleicht einmal klick ja du musst ja wieder abstehen und alles drum und dran ja ja damit ja das fisch war schon wie es geht das fisch hat schon gewusst ja wenn ich jetzt angreifen wird dann könnt ihr das ist ja das ich weiß schon was macht das ist ja das ist ja dann das ist ja du hast du das ist ja 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 Der weicht die ganze Zeit die Scheiße. Wahnsinn, der ist ein Wahnsinn. Der weicht die 100.000 mal raus. Was wir unterstützen können, können wir unterstützen. Axtavra kommt schön langsam. Meteor. Ja, na schau. Immerhin. Lass jetzt mal ein Meteor ein, wenn sich das schon wehtut. Passt. Pff, wo wir's die? Wo wir's? Na, schön. Wir müssen uns wenigstens nicht bemühen. Und die haben dann noch zusätzlich angreifen, etc. Aber das ist wenigstens eh praktisch. Ich hoff mal, dass alle ausweichen. Oder, dass keiner drauf geht. Ah, immerhin. Einer vorbei. Immerhin. Verliert so viel, aber heilt das alles wieder zurück. Ja, schau da, die Kachbarn. Einer einfach alles wieder zurück. Na moin, wir wär nix gewesen. Sooo, nächstes Sternchen weg. Der gefällt mir schon immer mehr. Kannst dich wenigstens bewegen. In der Drecksrüstung. Ja, dann brauchen wir das mal so. Ja, wir müssen dann schauen, dass wir, ähm, sie heilen. Definitiv, wir müssen unbedingt schauen, dass wir sie dann heilen. Alter, die! Alter, die, die schierst du, Alter. Bist du gedeppert? Unbedingt Teilung. Perfekt. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen, was dann in den nächsten Runden passiert. Ah, gleich mal von hinten auch noch. Perfekt. Ja, dann machen wir das mit dem 20er. Ideal. Es geht's in ein... Ah, geht's in ein... Uh, geht's da was? Ah, und wie sieht das aus? Nice! Perfekt! Perfekt, perfekt, perfekt! Na gut, dann haben wir das auch erledigt! Ja, das mischt weg damit. Haben wir das auch erledigt? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Was? Wer? Nee! Was hat mir der schon gemacht? Wer bittet? Der hat ja nichts gemacht. Steh den auch da mit seinen bleichen Haaren plötzlich. Alter! Krieg! Krieg! Ich hoffe, dass ich dann auch extra noch das Kostüm anhört und so. Also jetzt nicht das, was ich da vorher angehabt habe, sondern... was, wenn ich mich für eine so freine was, weil...